Also das muss man sich mal vorstellen. Da postet so ein junger Porsche-Fahrer auf allen Social-Media-Kanälen und nur wenige Stunden später hat er Kontakt zu einer jungen Dame, die nicht nur auch Porsche-Fan ist, sondern ihn auch noch wäscht. Er ist dagegen ja eher der Schraubertyp, aber das Phänomen Porsche verwundert immer wieder.